Yo, was geht ab Leute? Team Babbelt hier. Zurück von der YCS Prag. Und heute haben wir eine Top 10 Liste wieder mal. Und zwar diesmal die Top 10 Tag Karten von der YCS Prag. Damit sind halt Karten gemeint die normalerweise nicht so häufig gespielt werden. Und jetzt hauptsächlich gegen das Meta halt entweder gemainedeckt wurden oder auch im Side Deck waren. Aber hauptsächlich im Main. Um halt gegen das neue Meta anzukommen. Und dabei gehen wir halt durch 10 Karten davon. Habe mir halt die 10 ausgesucht die am meisten benutzt wurden auf der YCS. Dabei habe ich halt nur Karten ausgewählt die in jedem Deck sozusagen spielbar waren. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht sowas wie diese Clifford Skilldrain ausgewählt. Die halt jetzt neu in Clifford reingetan wurde extra für dieses Meta. Sondern echt nur so allgemeine. Und ich habe sie auch nicht gerankt. Also ich habe denen jetzt keine Platzierung gegeben. Weil für jedes Deck ist es anders. Es kommt halt drauf an welches Deck du spielst und gegen welches Deck du spielst. Ob eine Karte jetzt sehr effektiv ist oder nicht. Aber das sind halt jetzt die 10 Karten die am meisten benutzt wurden dieses Wochenende. So als erstes haben wir da Effektwähler. Wahrscheinlich gegen eine Cross halt. Um Trishuller zu stoppen. Und bei Kuros. Man kann es auch gegen Laval Chain machen um ein paar Kombos zu stoppen. Oder einfach auf die Hände. Also Senju und Manju. Um einfach den Search Effect zu stoppen. Und das Deck gar nicht erst loslegen zu lassen. Und gegen Burning Abyss ist es eigentlich auch nicht so schlecht. Kann man immer auf Tourguide oder so machen. Dann liegt halt dort ein toter Tourguide. Und es ist halt schwer für den Burning Abyss Spieler den erstmal loszubekommen. Gegen Clifford und andere Decks war Effektwähler halt jetzt nicht so gut. Deswegen war es eine schwere Entscheidung ob man den jetzt im Endeck spielen sollte. Aber die meisten haben ihn jetzt trotzdem reingetan. Weil sie einfach dachten dass zu viel Necros rumlaufen wird. Und da hatten die meisten auch recht. Die nächste Karte ist Max C. Hatte glaube ich den gleichen Grund wie Effektwähler. Ist auch gut gegen Burning Abyss. Und gegen Necros ist es zumindest immer Ausgleich. Deswegen haben sich wahrscheinlich paar gedacht dass man die spielen kann. Gegen Clifford ist es halt nicht ganz so tot wie Effektwähler. Aber trotzdem relativ schlecht. Ich habe von vielen gehört dass sie beim Testen zuerst Max C. getestet haben. Aber dann auf Effektwähler umgestiegen sind. Und alle die Max C. noch gespielt hatten. Haben nach dem Turnier dann gesagt dass sie lieber Effektwähler gespielt hätten. Wahrscheinlich auch weil Burning Abyss jetzt nicht so präsent war beim Turnier. Deswegen kamen die nicht so gut. Auch gegen Bridge Abyss wäre sie gut gekommen. Aber die waren auch nicht so stark vertreten. Als nächstes haben wir eine ganz interessante Karte. Und zwar C Blocker. Er ist halt so eine Art Verbot. Einmal pro Runde kannst du irgendeinen Kartennamen sagen. Und der Effekt von der Karte wird für diese Runde negiert. Also ich muss sagen ich weiß jetzt nicht ob das gegen den Dijin Lock wirkt. Man kann es zum Beispiel gegen Niklaus Valkyros sagen. Und dann den Gegner Ote Khan. Oder einfach auf ein offenes Emptiness. Also sehr flexibel der Effekt. Und einige Spieler dachten sich dass er gut genug ist um ihn zu mainen. Oder zumindest zu sein. Dann als nächstes haben wir einen altbewährten Anti-Metav gefreund. Und zwar Donner König Ryo. Ist halt perfekt gegen Niklaus. Stoppt einen davor Karten zu adden. Gegen Clifford nicht schlecht. Einigermaßen. Also ich habe ihn selber zu einer ungünstigen Zeit kassiert. Ich hatte zwei Brio auf der Hand. Und Manju und Senju. Also der hat mich auf jeden Fall getötet. Und ein paar Satellar Spieler und andere Decks haben ihn halt gespielt. Um gegen Niklaus anzukommen. War denke ich mal relativ erfolgreich. Dann haben wir als nächstes die einzige Zauberkarte. Und zwar Shedrite. Schnellzauberkarte. Und was mich überrascht hat. Das haben sehr sehr viele Niklaus Spieler gemeindeckt. Das hatten wohl echt viele Niklaus erwartet. Und mehr Menschen und so. Die Karte stoppt das Deck echt wirklich hart. Ist auf jeden Fall eine gute Karte dagegen. Und hätte es die Karte damals gegen Spurbrook schon gegeben. Dann wäre die Karte damals sicher auch schon gesightet worden. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Gute Wahl für das Wochenende gewesen. Dann kommen wir zu den Fallen. Da haben wir die Rückkehr von Finish Chain. Viele Decks haben die... Also was heißt viele Decks Satellar. Hab das zum Beispiel gespielt. Aber die hatten das sowieso gespielt wegen Trivia. Was überraschend war. Auch viele Cliffer Decks. Haben Fiendish reingetan. 3 Skildrend war wohl nicht genug. Also nochmal ein paar extra Fiendish Chain. Und als nächstes haben wir Eisenmauer. Die Karte ist auch relativ nützlich gewesen. Also konnte man gegen Richard Beast boarden. Infernoid. Und halt auch wieder gegen Niklaus. Alles gegen Niklaus. Wenn die halt liegt. Kann der Gegner keinen Valkyrus Effekt nutzen. Kein Dijin. Die Spiegel nicht aus dem Grave benutzen. Und natürlich auch kein Trishiller geben. Also gar nicht schlecht die Karte. Dann haben wir Mindcrush. Die Karte wurde auch sehr oft gespielt. Ich würde sogar sagen das ist die Falle des Formats. Die ist sogar gegen jedes Deck spielbar. Gegen jedes Deck sehr stark. Und gegen Niklaus halt richtig super stark. Aber das Gute an ihr ist halt. Dass sie gegen die anderen Decks nicht tot ist. Das haben die meisten Decks halt. In ihr Main Deck getan. Um gegen Niklaus anzukommen. Zum Beispiel Satellar. Zwei bis drei mal drin. Im Mirror konnte man das auch reinzeiten. Also. Sehr starke Karte in dem Format. Die nächste Fallenkarte. War sehr überraschend. Ich weiß nicht woher das auf einmal kam. Aber. Mirror Force ist zurückgekommen. So paar Satellar Spiele haben es gespielt. Hab ich gesehen. Zumindest einer davon. Und. Clifford. Habt ihr hier gespielt. Also. Für mich sehr überraschend. Dass die. Wieder zurückgekommen ist. Als letztes haben wir. Mistake. Auch eine starke Fallenkarte. Selber Effekt wie Ryo. Keiner kann Karten nennen. Und. Vielleicht habt ihr das Feature Match gesehen. Vom Finale. So Mistake hat es gemacht. Und Darklock. Aber. Auch Mistake. War halt sehr stark. Und wie ihr unten. Sehen könnt. Das waren halt die. Ganzen Decks. Also das Meter. Und. Wie oft sie vertreten wurde. Daraus kann man auch schließen. Dass es gerechtfertigt war. Dass. Die meisten Karten jetzt. Gegen eine Cross waren. Der Tag war einfach sehr dominant. Und überall. Und deswegen. Musste man einfach Karten. Dagegen reinborden. Oder sogar. Mänen. Ja Leute. Das waren. Die Top 10 Tech Karten. Für. Aus. YCS Prag. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wie immer. Liken. Subscriben. Kommentieren. Unsere anderen Videos abchecken. Und. Ciao. Auf Wiedersehen. 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 Amen.